Moin Moin und herzlich willkommen bei uns im Autoladen Dresden. Ich bin André. Das ist der Mercedes A45 AMG, für den du dich wahrscheinlich interessierst. Das heißt, wenn du über mobile gekommen bist, herzlich willkommen zur Fahrzeugpräsentation. In dem Video soll es fördergründig um den Zustand des Fahrzeuges gehen. Heißt, wir gehen einfach auf Gebrauchssporn ein, wenn wir irgendwas sehen sollten. Für den, der jetzt über YouTube kommt und wissen will, was hier alles drin ist an Ausstattung, der klickt mal unter das Video. Da wird er weitergeleitet zu unserer Händler-Homepage. Da ist alles aufgelistet, was wir über die Fahrgesteller mal abgefragt haben, gegebenenfalls auch händig sozusagen inseriert haben. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal rein ins Thema. Ein paar kleine Mini-Steinschläge gibt es auf der Motorhaube. Das ist aber wirklich komplett überschaubar. Sie hat keine größeren Beulen, Dellen, Kratzer, keine Beschädigung in irgendwelcher Art, was einfach der Laufleistung nicht entspricht. Ich gucke mir auch gerne mal die Felgen mit an, wie die vernünftig aussehen. Hier ist gar nichts dran. Die Reifen hat auch locker noch 5 bis 6 mm Restprofil. Dementsprechend wirklich guter Zustand. Wir gehen mal hier rein in den Innenraum. Das Leder ist weder abgesessen, durchgeranzt, zerkratzt oder sonst irgendwas. Ihr seht auch, das Alcantara am Lenkrad sieht vernünftig aus. Die ganzen Bedienelemente sehen gut aus. Hier riecht es weder nach Hund, Katze, Rauch oder sonst irgendwas. Und kleine Zusatzfeatures wie die roten Gurte gibt es extra noch. Die Sportabgasanlage hat damit. Das Driver's Package ist mit dabei. Die LED-Scheinwerfer, Memory-Sitze, elektrisch anklappbare Spiegel, getötete Scheiben, Panoramadach. Jetzt überhole ich mich schon fast selber beim Reden. Viel Ausstattung, guter Pflegezustand. Das ist das, was, denke ich, ausmacht den Kollegen hier. Wir gucken auch mal gerne hinten rein, ob hier noch irgendwas ist, was es nennenswert gibt. Die Rücksitzbank kann man umlegen. Wir haben die Rückfahrkamera mit dabei. Ist vielleicht noch eine schöne Sache. Alle Anbauteile sind in schwarz. Selbst auch dieser Diffuser hier hinten dran. Wir haben das Night-Paket mit schwarzen Leisten ringsherum. So, wie sehen die Felgen aus? Hier ist es auch vernünftig. Hier ist gar nichts dran. Vielleicht bei der vorne rechts. Die ist ja meistens so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Aber hier selbst ist auch gar nichts. Also wirklich schönes Auto. Guter Pflegezustand. Wenn du dich online fürs Auto entscheiden kannst, dann würde es mich freuen, von euch zu hören. Wir sind unter der Woche 9 bis 18 Uhr da. Samstag 10 bis 14 Uhr. Wir nehmen euer altes Auto in Zahlung. Ihr könnt sowas finanzieren bei uns. Das heißt, wir haben mehrere Banken zur Auswahl, wo wir für dich gucken können, dass die Rate passt. Optional gibt es eine Gebrauchtwagen-Garantie. Bevor das Auto das Haus verlässt, haben wir einen 75-Punkte-Plan, den wir über unsere hauseigene Werkstatt abarbeiten. Das heißt, es wird Probe gefahren. Es wird auf jeden Knopf gedrückt. Der Fehlerspeicher wird ausgelesen, weil wir natürlich wollen, dass du von uns ein gutes Auto kriegst. Ich danke mich fürs Zuschauen. Ich freue mich auf das nächste Video. Macht's gut. Bye-bye.